Hallo und herzlich willkommen zum Data Explorer Episode 24. Data Explorer ist der Podcast von Data Disrupted, in dem die Kerstin und ich uns monothematisch über verschiedene Aspekte der IT unterhalten. Technologien, Lösungen, Betriebszustände und so weiter und so fort. Wir haben heute Mittwoch, den 26. September. Ihr hört, wie schon ganz gesagt, die Episode 24 und heute soll es gehen um Notfallmanagement und das war eine Idee von der Kerstin. Genau, weil die Kerstin hat nämlich einen BCM-Praktiker beim WSI gemacht, ist jetzt ganz schlau und weiß eigentlich gar nichts. Was wissen wir denn über Notfälle, Herr Stief? Wir wissen nicht viel über Notfälle. Nein, Aufhänger war tatsächlich aber eigentlich das Crowdstrike-Ding. Crowdstrike hat ja einen größeren Ausfall mitverursacht. Ich möchte jetzt nicht sagen nur verursacht. Mitverursacht, also da sind so ein paar Sachen schiefgelaufen, wo anschließend auch mal so eine ganze Azure-Cloud ausgefallen ist. Für einige, nicht für alle. Und das war für mich mal so eine Gelegenheit, das Thema Notfallmanagement, Notfallplanung, Notfallvorbereitung, also alles, was so dazugehört, mal wieder aufzugreifen. Und natürlich kam mir mein BCM-Praktiker da ganz, ganz gut zugute in die Quere. Und ja, der Herr Stief hat ja da auch ein bisschen Erfahrung, was Notfälle angeht, zumindest was Backups und wie man es richtig macht oder gar nicht macht oder überhaupt macht, ein bisschen was beizutragen. Und ja, wir wollen heute klären, eigentlich, was ist überhaupt ein Notfall, was ist ein Vorfall, was ist der Unterschied vielleicht auch zwischen einem Vorfall und einer Katastrophe, welche Arten von Katastrophen gibt es, was können überhaupt alles Ausfälle verursachen, bewirken sein und was kann man dagegen tun? Erstmal präventiv, was kann man tun, wenn es passiert? Was sollte man unbedingt haben, wenn es passiert? Und... Wie kann man dafür sorgen, dass es passiert? Wie kann man dafür sorgen, dass es passiert, genau. Naja, das machen wir ja schon mit dem Klimawandel, da sorgen wir ja schon dafür, dass es immer öfter passiert. Was definiert denn einen Notfall? Was definiert überhaupt, ist man Vorfall? Also es gibt ja unterschiedliche... Wir reden als erstes mal über IT. In der IT kann eine ganze Menge passieren. Das kann von einem Festplattenausfall, der irgendwas bewirkt, bis hin zu einem ganzen Rechenzentrumsausfall gehen. Einen Vorfall würde ich jetzt eher so ein kleineres Ding bezeichnen. Ein Notfall ist schon ein bisschen was Größeres und Katastrophe, da ist dann, glaube ich, wirklich so richtig die Kacke am Dampfen. Jetzt ist natürlich was Kleineres, was Größeres und Kacke am Dampfen schwer zuzuordnen. Ich würde es eher tatsächlich auch mit der IT-Seite so ein bisschen einordnen. Das eine, bei einem Vorfall, da hast du möglicherweise ein kurzzeitiges Problem und wenn du es geschickt gemacht und geplant hast, noch keine Betriebsunterbrechung. Für Plattenausfälle macht man Raid. Dann hast du zwar den Festplattenausfall, für Stromausfall hast du USV. Dann fällt zwar irgendwie deine Einspeisung aus, aber die USV übernimmt noch den Rest. Das heißt, du bist für eine gewisse Zeit zumindest, kannst du noch ganz normal Betrieb machen. Bei einem Notfall hast du dann schon irgendwelche Betriebsunterbrechungen, wo über eine bestimmte Zeit, vergleichsweise überschaubare Zeit, sagen wir mal so aus sich, einen halben Tag, vielleicht einen Tag kein Betrieb möglich ist, weil der Bagger das Stromkabel angepackert hat und du da eine Zuführung hast. Oder weil vielleicht deine Glasfaser gebrochen ist bei irgendwelchen Straßenverarbeiten oder so ein Kram. Und Katastrophe wäre dann das Ganze nochmal eins höher skaliert, wo du dann möglicherweise heute tatsächlich ein paar Tage oder noch länger, ein paar Wochen an Ausfall hast. Also so wie viele von diesen Cyberangriffen, die wir zum Teil gar nicht mitbekommen, wo dann halt auch entweder die ganze Verwaltung oder große Teile von irgendeiner Verwaltung über Tage die IT ausfällt. Die können ja vielleicht noch arbeiten mit Karteikarten oder so und Fax, aber die ganzen IT-basierten Prozesse sind einfach in der Zeit nicht funktional. Und dann kriegst du halt kein Auto angemeldet, kannst keine Steuer abgeben und solche Sachen. Naja, es geht ja noch weiter. Es geht ja auch in Produktionsbetriebe rein, weil mittlerweile ist ja selbst in großen Werken sind die Produktionsanlagen sehr, sehr eng mit der IT verwoben. Also im Wesentlichen geht es darum, wir hatten ja in der letzten Episode gesprochen, so ein bisschen über Risikoanalyse, auch über Asset Management und das gleiche spielt auch ein bisschen in die Notfallplanung oder in den Notfallvorsorge mit rein. Letztendlich geht es darum, wie groß ist das Risiko, dass etwas passiert und wie groß ist die Auswirkung, wenn etwas passiert. Stimmt, Risiko ist ganz wichtig. Ja, und das unterscheidet letztendlich einen Vorfall von einem Notfall, von einer Katastrophe. Nämlich Katastrophen können tatsächlich existenzbedrohend sein für Firmen. Es gibt Firmen, die wegen eines größeren Ausfalls tatsächlich Insolvenz anmelden mussten, weil sie über längere Zeit nicht produzieren konnten und damit Vertragsstrafen angefallen sind etc. Also da spielen sehr, sehr viele Sachen eine Rolle dabei und wie du gerade schon gesagt hast, wir sind natürlich, du bist gerade schon auch so ein bisschen in die Vorsorge mit reingegangen. Natürlich kann man Dinge tun, um Vorfälle oder Dinge, die passieren könnten, ein bisschen abzuschwächen und den Betrieb aufrechtzuerhalten. Aber letztendlich geht es darum, sich einfach auch mal hinzusetzen und zu sagen, so was habe ich, das ist immer wieder beim Asset Management, was kann diesen Assets passieren? Dann habe ich einen Einfluss da drauf, habe ich keinen Einfluss da drauf. Also jetzt zum Beispiel, wenn irgendwo eine Überschwemmung ist und ein Strommast gerissen wird, da habe ich wenig Einfluss drauf. Wenn irgendwo ein Bagger mal wieder die Zuleitung vom Frankfurter Flughafen durchtrennt, weil die Deutsche Bahn Kabel verlegt, habe ich auch keinen Einfluss drauf. Also nur bedingt. Wenn ich aber in meinem Rechenzentrum Stromnetzteile nur einmal in den Kisten drin habe, wenn ich nur eine Festplatte verbaue, wenn ich jedes System nur einmal überhaupt da habe, dann habe ich sehr wohl einen Einfluss darauf, dass etwas passiert, wenn etwas passiert oder die Auswirkungen größer sind. Und das gehört für mich auch zur Notfallplanung, zur Notfallvorsorge. Also ich plane nicht die Notfälle, sondern ich plane natürlich, was passieren kann. Also ich setze mich einfach mal hingucken, was habe ich, was kann den Sachen passieren und dann kann man sich anschließend überlegen, wie groß sind die Auswirkungen, wenn ein Schadensfall oder ein Vorkommnis eintritt. Und natürlich sind natürlich auch in der heutigen Zeit, da sind wir jetzt zum Beispiel auch bei Lieferketten oder auch, ja Software ist ja mittlerweile auch eine Lieferkette unterzogen. Wir haben so viele Abhängigkeiten in unseren Systemen drin, softwareseitig und hardwareseitig, dass auch das betrachtet werden muss, um entsprechend Vorsorge zu treffen, um die Widerstandsfähigkeit auch gegen solche Dinge zu erhöhen. Da kann man ja sehr viel tun, bis hin zu irgendeinem Schattenrechenzentrum eingebunkert unter der Erde, auf das man dann umschalten kann und im Idealfall auch regelmäßig das Umschalten übt. Das ist halt einfach, je mehr du dich schützen möchtest oder schützen musst, umso teurer wird es oder nicht nur teurer in Form von Geld, sondern auch aufwendiger, weil du dann vielleicht, du musst ja auch deine Mannschaft geschult haben, du brauchst möglicherweise eine größere Mannschaft, dass eben sich irgendwie solche Sachen besetzt werden, am Laufen gehalten werden und dann sind wir wieder bei so einer Risikoabschätzung. Was kann passieren? Wie wahrscheinlich sind bestimmte Vorfälle? Wie wirken sich bestimmte Vorfälle auf mich und mein Kerngeschäft aus? Muss ich vielleicht weiterhin in Betrieb bleiben? Da kommen wir jetzt nach Stelle so eine Kritis-Geschichte rein, wo halt ein Stromversorger, ein Wasserversorger, Kläranlage und so kommen, die müssen dann irgendwie auch unter sehr widrigen äußeren Umständen noch möglichst funktionieren. Und du musst dann irgendwann die Abschätzung treffen oder die Kalkulationen auch durchführen, wie groß ist eben das Risiko, wie gut muss ich trotzdem noch verfügbar sein oder meine Dienste anbieten können und was kostet mich der Spaß? Und irgendwann sagt man dann immer so, hm, das ist aber für das, was wir machen, was weiß ich, wir stanzen irgendwelche Autoteile für BMW und wenn wir mal drei Tage nicht stanzen, dann ist das vielleicht ärgerlich fürs Geschäft, aber davon geht die Welt nicht unter. Okay, schlechtes Beispiel, Just-in-Time-Lieferung, egal, aber... Nee, das ist das nicht, aber du hast natürlich jetzt, selbst wenn die mal drei Tage nicht produzieren können, ist das sicherlich sehr ärgerlich, aber in der Regel sind damit dann auch Image-Schäden verbunden, die kaum bezifferbar sind, Vertragsstrafen wegen genau solcher Just-in-Time-Geschichten, die auch mit berücksichtigt werden müssen. Also da ist dann schon, die, die, einfach nur zu sagen, ja, wenn ich drei Tage mal nicht arbeiten kann, ist das nicht so schlimm. Du musst Menschen bezahlen, möglicherweise, die, die da nichts tun können in der Zeit und irgendwie, die kannst du nicht irgendwo anders beschäftigen, alle, möglicherweise. Ja, auf der anderen Seite, je nachdem, was für ein Ereignis eintritt, jetzt, man stellt sich vor, hatten wir das kürzlich, großes Starkregenereignis über Bayern, wo irgendwie tagelang Wasser runterfällt und alle Flüsse übertreten und dann bist du halt irgend so ein Automobilzulieferer und kannst halt aus irgendwelchen Gründen da weiter nicht produzieren. Sehr wahrscheinlich wird auch dein Abnehmer, weil der in der gleichen Region ist, irgendwelche Schwierigkeiten haben. Das heißt, der braucht vielleicht deine Teile sowieso nicht so. Ist ein bisschen gefällig, darauf zu verlassen, das ist natürlich schon klar, das musst du dann entsprechend in der Kalkulation hart mitkalkulieren. Aber was ich sagen möchte, ist, du bist ja nicht alleine auf der Welt und wenn dir quasi eine Katastrophe ins Haus steht, in Form von irgendwelchen Umwelteinflüssen, dann wird das in der gleichen Region anderen genauso gehen. Also, ne, so. Auf der anderen Seite, wenn natürlich, wenn nur du einen Stromausfall hast und deswegen deine Produktion drei Tage nicht laufen kann, dann betrifft das wirklich nur dich. Und das sind eben auch dann so unterschiedliche Kategorien von Ereignissen, die sicherlich auch individuell betrachtet werden müssen, je nach Unternehmen, wo du deine Wertschöpfung hast, wo du dein Geld damit verdienst, vielleicht auch wo du angesiedelt bist, in welcher Region, sind sicherlich Dinge verschieden zu betrachten, zu bewerten. Ja, jetzt sind Starkregen oder überhaupt Wetterereignisse, ich habe heute Morgen erst was bei Tagesschau wieder gelesen, dass immer mehr Meteorologen der Ansicht sind, dass solche Extremwetterereignisse, wie ebenso Starkregen oder auch mal ebenso die nächste Superzelle, dass sowas in Zukunft öfter passiert. Also, das ist sicherlich eine Folge eines, wie auch immer, bedingten Klimawandels, aber wir sehen das ja, wir spüren das ja, dass gefühlt solche Ereignisse öfter und, ne, früher war so ein Jahrhunderthochwasser, heute kannst du schon sagen, das ist irgendwie so, ja, Hochwasser des Monats oder so. Also, diese Jahrhundertereignisse sind mittlerweile schon Jahrzehntereignisse geworden oder zum Teil auch Jahresereignisse. Jedes Jahr haben wir ein Jahrhunderthochwasser neu. Muss nicht immer so schlimm sein wie im Ahrtal, aber wenn ich das schon weiß und wenn auch wirklich Experten davon ausgehen, dass diese Situation sich so schnell nicht ändern wird, sind wir schon in der Notfallplanung, in der Notfallvorsorge, dass wir davon ausgehen müssen, in Zukunft, wenn ich will, dass ich nicht jedes Jahr drei Tage wegen eines Hochwassers ausfalle, meine Rechenzentren entsprechend baue oder präpariere. Oder mich woanders ansiedle. Oder mich woanders ansiedle, das wird schwierig. Ja, je nachdem. Aber das, ich stimme insofern zu, dass du natürlich so eine Risikobewertung immer wieder mal neu quasi nachjustieren musst, weil sich halt auch Umstände außenrum ändern. Das ist das nächste Sinn? Wahrscheinlich hat vor 9-11 kein Mensch irgendwie in der Kalkulation gehabt, dass irgendwie das Hochhaus, in dem er seine Rechenzentren hat, irgendwie einstürzt oder Atmertraffüge werden könnte. Das war irgendwie sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem passiert es halt. Das wird auch jetzt nicht wahrscheinlich so intensiv mit betrachtet, aber du hast es trotzdem im Hinterkopf. Sowas kann eben passieren. Wir haben das schon mal gesehen. Und du hast solche Sachen sind natürlich in Erdbebenregionen, aber auch da kann es sein, dass das Vulkanausbrüche sind in letzter Zeit auch immer öfter immer mehr. Auch teilweise als inaktiv geltende Vulkane, die dann plötzlich anfangen wieder zu rauchen. Also ja, solche Dinge verändern sich und natürlich muss man es immer wieder neu bewerten. Und das gleiche ist auch im Bereich Cyberangriffe. Also ich habe auch, kürzlich gab es in so einer Versicherungszeitung einen Artikel, dass, ich glaube es war die Münchner Versicherung und Munich Re, die sich, oder Allianz und Allianz Re, also irgendein sehr, sehr großer Versicherer, der wirklich, wirklich viele Versicherungen hat, sich komplett aus dem Cyberversicherungsmarkt zurückzieht. Der eigentlich ein sehr großes Volumen hat und sehr groß beziffert wird, aber da spielen eine ganze Menge Faktoren eine Rolle. Zum einen Firmen tun nicht das, was sie tun müssten, um sich gegen solche Angriffe ausreichend zu schützen, um ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Und es ist eine Möglichkeit, mit Risiken umzugehen, ist die Risikoverlagerung. Und natürlich ist es für ein Unternehmen super mega einfach zu sagen, oh, verlagere ich an die Versicherung, bin ich ja versichert für. Wir haben es bei Crowdstrike gesehen, da haben ganz viele Versicherungen nämlich gar nicht gezahlt, weil so ein Fall überhaupt nicht in der Versicherung mit drin war. Und wenn sich jetzt ganze Versicherungen oder große Versicherungen aus dem Markt zurückziehen, weil sie sagen, ah, die Firmen tun nicht genug und es passiert immer mehr, immer größere Dinge. Wir können das gar nicht mehr versichern, also die Policen würden extrem teuer werden, dass es die Unternehmen auch nicht mehr bezahlen würden. Dann muss ich andere Wege finden, mit solchen Dingen umzugehen, weil die werden davon nicht weggehen. Es wird weiter Cyberangriffe geben, es wird weiter schiefgelaufene Updates geben, es wird weiter ausgefallene IT-Systeme geben, weil auch die immer leistungsfähiger, immer densier, immer anfälliger werden auch. Dazu kommt eine Monokultur da draußen, die sich verbreitet. Auch das ist ein Phänomen oder ein Symptom, was man an dieser Crowdstrike-Geschichte sehen konnte. Wenn ich das gleiche System in vielen Bereichen meines Unternehmens habe und das fällt aus, dann sind auch viele Bereiche meines Unternehmens getroffen. Ja, ja klar. Das ist eine Blast-Radius. Ja, genau. Je nachdem, was es trifft. Und das hast du ja im richtigen Leben genauso. Wenn du irgendwie eine große Rinder- oder Schweinezucht hast und du hast irgendwie so einen Virenbefall, dann sind wir irgendwie bei so einem kleinständigen, kleinteiligen Bauern, der hat dann eine Handvoll Rinder und eine Handvoll Schweine und noch einen Haufen Hühner und noch irgendwie Viecher und noch Getreide und so Kram. Und wenn es eins von dir denn reißt, dann ist halt der Rest noch da. Das ist sicherlich ein Verlust, aber halt kein Totalschaden. Und wenn du halt ein großer Schweinezüchter bist und du musst dir deine 5000 Tiere keulen, dann verdienst du dir noch mal eine Weile lang nichts. Und das ist natürlich in so einer IT genau das Gleiche. Wenn du sehr viel, sehr gleiche Software benutzt und dann hat die Software da ein Problem. Das ist genau so ein Problem, wenn die Viecher mal ihre Medikamente nicht kriegen, weil der Futterautomat ausfällt. Dann hilft dir auch, das habe ich in der Vergangenheit mehrfach gesehen, dann hilft dir auch zum Beispiel kein so HA-Cluster, wenn du irgendein Kernelproblem hast, der einfach das System zum Abschluss bringt. Dann hast du halt auf beiden Clusterknoten einen Windows-Blue-Screen. Hilft dir halt nichts. Cluster hin oder her. Ja, exakt. Das ist dann auch, da sind wir jetzt wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, mit Schattenrechenzentrum. Also was natürlich funktioniert mittlerweile auch für kleinere Unternehmen, ist tatsächlich ein kleines Schattenrechenzentrum in der Cloud, wo sie weiterarbeiten können. Wenn es die eigentliche primäre Ressource mal reißt, wäre eine Möglichkeit, ein richtiges im Bunker offline Schattenrechenzentrum, wo auch mit LKWs die Daten hintransportiert werden müssten, im Zweifelsfall, weil es wirklich keine Verbindung nach außen gibt. Also wir haben ja immer so diese Worst-Case-Szenarien und jetzt gerade bin ich mal so ein Infrastrukturanbieter wie eine Wasserversorgung oder wie eine Stromversorgung und mir reißt mein zentrales Rechenzentrum, mit dem alles geht. Dann tue ich vielleicht gut daran, um die Bevölkerung nicht die nächsten drei Jahre ohne Strom lassen zu müssen, mir so ein Schatten-Ding in irgendeinem Bunker in einem Berg aufzubauen. Und dann halt mal mit drei LKWs Daten rüber zu schaufeln und das Ding innerhalb von einem halben Tag wieder hochzufahren, was auch immer. Aber das sind so genau diese Risikoabwägungen. Was kann passieren? Wie groß kann der Schaden sein? Wer ist noch alles betroffen? Blast-Radios, ganz, ganz wichtig, um eben dann Maßnahmen abzuleiten. Ich wollte vorhin irgendwas einhaken. Was war dein erstes Argument? Monokultur? Nein, danach. Egal, habe ich jetzt vergessen. Cloud. Ein Schattenrechenzentrum in der Cloud. Ja, damit es funktioniert, ist es natürlich sinnvoll, wenn du überhaupt eine IT-Infrastruktur aufbaust, die vielleicht so zu bauen, dass du nicht von einem einzelnen großen zentralen Service, von einer zentralen Datenbank abhängig bist mit allen deinen Diensten, weil alle Daten dort reinlaufen, sondern dass man schon beim Design von so einer IT-Infrastruktur anfängt, ein bisschen verteilt zu denken und sagen, ich habe vielleicht zwei, drei, vier Kerndienste, die brauche ich, um überhaupt einen Betrieb aufzuhalten zu können. Aber andere Sachen, die sind ja so wichtig, ich muss vielleicht nicht alle zehn Minuten Rechnungen schreiben können. Da kann ich mal irgendwie einen halben Tag das auflaufen lassen und schreibe dann halt am Schwung. Das heißt, so ein Rechnungsstellungssystem muss möglicherweise gar nicht so sehr verfügbar sein. Oder Personalverwaltung. Das ist genau das Gleiche. Personalverwaltung, die haben halt im Wesentlichen zum Monatsende, wenn die die Lohnabrechnungen da irgendwie machen müssen, da haben die viel zu tun. Aber wenn das Unternehmen gesund ist, dann kannst du dir auch mal drei Tage lang keine oder drei Tage verspätet. Das machen die Mitarbeiter mit und das macht das Unternehmen mit. Das ist ein sehr gutes Beispiel sogar gewesen. Und da sind wir wieder zwei Sachen. Also wir hatten ja, das ist schon ein bisschen länger her, hatten wir eine Episode mal, wo wir über Storage gesprochen haben. Ja. Ob One for All oder eben nicht. Das müsste 21 oder 20 gewesen sein. Es geht ja genau darum, dass heute wirbt jeder Hersteller mit, er kann Block und Pfeil und alles mögliche gleichzeitig. Und wirklich so ein zentrales Storage Management, Storage System für alles, wo du ja auch gesagt hast, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil erstmal müssen Daten unterschiedlich behandelt werden. Und auch das ist, wenn ich ein extra File und ein extra Block und ein extra Object Store habe, dann habe ich auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit schon. Weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass alles dreist gleichzeitig ausfällt. Wir kommen nachher noch zu so einem Fall, was aber… Und es ist wahrscheinlich leichter, wenn man jetzt mal sagt, du hast vielleicht dein Unternehmens-Know-how auf mehrere Datenbanken verteilt und zwei oder drei davon sind wirklich wichtig. Es ist viel einfacher, diese zwei, drei sehr verfügbar zu halten oder so zu bauen, dass man nach einer kurzen Umschaltzeit wieder anschalten kann, als wenn du halt alle Daten in einer riesengroßen Datenbank hast, wo du halt irgendwie Gigabytes oder noch mehr Daten bewegen musst, irgendwo anders hin, um dann wieder den Monolithen quasi anzufahren. Aber das ist auch etwas, was wir… und das war die zweite Sache, wo ich einhaken wollte. In der letzten Episode ging es ja eigentlich um Asset Management, aber Asset Management ist ja so die Grundvoraussetzung für alles. Und wir haben ja auch festgestellt, dass Prozesse auch Assets sind, die man auch verwalten und kennen muss. Und genau diese Prozesse spielen auch bei der Notfallvorsorge wieder eine Rolle. Wenn ich diese Liste einmal gemacht habe und diese Kategorisierung und Klassifizierung, die kann ich für sehr, sehr viele Bereiche im Unternehmen mit anwenden. Ich habe ja auch eine Risikoanalyse schon gemacht und geguckt, was ist wichtiger, was sind meine Kernprozesse, was ist meine Kern-IT, was sind meine Kernressourcen und was ist besonders schützenswert. Und dann hast du natürlich sowieso schon die Basis auch für eine Notfallvorsorge, für eine Notfallplanung geschaffen, weil dann weißt du ja schon, was muss ich besonders schützen und wo ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn das mal ein halbes Jahr ausfällt. Ja, genau. Und wie gesagt, ich finde halt kleinteilig lässt sich besser ausfallsicher gestalten. Man denkt im ersten Moment, dass es wahrscheinlich, wenn ich schon eine Datenbank HA aufbaue, dann mache ich irgendwie eine große Datenbank, dann habe ich die Arbeit nur einmal, weil HA bauen, vor allem auch HA zu betreiben, ist immer so ein bisschen hart gelegt. Da muss man ein bisschen aufpassen, was man macht als Administrator, weil es eben so quasi Abhängigkeiten im System gibt und wenn ich vielleicht irgendwie das falsche lösche, dann fängt der Cluster an umzuschalten, obwohl ich es gar nicht haben wollte. Also das muss man schon ein bisschen Ahnung haben und wissen, was man tut. Aber ich denke mir heute, es ist viel einfacher, mehrere kleine HA-Systeme zu haben, weil dann eben, wenn was passiert ist, nicht so riesengroßen Einfluss, dann hat er auf andere Dinge. Das zum einen und was auch wichtig ist an der Stelle zu erwähnen, ist mal wieder Backup vernünftig zu machen, zu planen, zu machen, zu testen, auch Restores zu testen. Weil selbst wenn ich mich für ein großes HA-Cluster nur entscheide oder aus anderen Gründen haben muss, dann sollte ich zumindest in der Lage sein, wenn es das Ding reißt, möglichst schnell wieder an den Start zu kommen. Also auch das ist etwas in der Planung zu berücksichtigen, wie groß sind die Aufwände oder was kann ich tun, wie groß sind die Aufwände, möglichst schnell wieder. Ja, also es sind auch diese, was wir im Wiederherstellungsprozess schon kennen, diese RTO und RPO, also Zeit der Wiederherstellung. Der Zeit. Nein, die Zeit, die ich brauche bis zur Wiederherstellung und auch der Zeitpunkt, wie lange ich zurückgehe. Also auf welchen Punkt du zurückgehst und wie lange du brauchst dazu. Genau und auch das spielt in der Notfall, das sind genau dieselben Kenngrößen, spielen in der Notfallvorsorge oder auch in der Notfallplanung eine Rolle. Wie viel verliere ich und wie lange verliere ich es? Und da kann dir quasi keiner vernünftig Auskunft geben, das habe ich schon mal erzählt. Bei so Backup-Systemen hast du ja auch die Frage, wie groß dimensioniert man das, wie viel Bandkapazität brauche ich. Du hast dann immer noch so eine Retention-Policy, das heißt nach wie lange behältst du die Daten auf. Wenn man sich vorstellt, ein Warenwirtschaftssystem, wo viel Ware durchgeschlagen wird, das sind Daten, die zehn Tage alt sind, sind relativ uninteressant. Weil die sind zehn Tage, da sind irgendwie Millionen Euro dazwischen durchgeschoben durch das System. Und dann ist aber die Frage, genau, die Retention-Policy, das heißt wie lange behalte ich Backup-Daten auf und ab wann kann ich Bänder bitte überschreiben oder einfach die Daten verwerfen. Und dann ist aber auch die Frage, wie lange kann ich es mir als Unternehmen leisten, zum Beispiel Stillstand zu haben, weil ich die Zeit brauche, um aus dem Backup zu recoveren. Also diese Recovery-Time-Objective und die Point-Objective, auf welchem Punkt hin. Und in so einer Planung für Backup-Systeme brauchst du eben genau solche Kennwerte, weil daran hängt dann ab, wie groß ist dein Tape-Roboter, wie viele Bänder brauchst du, wie schnell muss die Netzanbindung sein, dass du die Daten in der geforderten Zeit rein- und rausbekommst und solche Dinge. Und da war immer gerne von mir eine Frage an den Kunden, wie lange können sie denn offline sein, bevor sie wirtschaftlichen Schaden haben. Und das kann dir kaum jemand wirklich sinnvoll beantworten. Ich hatte einen einzigen Kunden von, was habe ich bereits, der hat bestimmt 50, 60, einen einzigen Kunden, der konnte mir auf die Frage sofort im Meeting antworten, nach vier Tagen sind wir tot. Der wusste das, die haben das ausgerechnet, die wissen das, das wissen aber ganz, ganz wenige. Ja, das ist leider tatsächlich ein Versäumnis vieler, vieler Unternehmen, begegnet auch mir immer. Keiner kann wirklich sagen, wie lange sie überlebensfähig sind, wenn wirklich alle Ressourcen mal versagen. Also das ist so ein Plattenausfall, das überlebt in der Regel jedes Unternehmen, also da muss ich noch nicht mal, ne? Was ja auch heute mit Rates normalerweise gedeckelt ist. Selbst wenn ich keins habe, also das sind so Sachen, aber wenn ich wirklich mal einen Totalausfall habe, wie das eben passiert ist beim Frankfurter Flughafen mit der Zuleitung, wie es möglicherweise auch passieren kann, wenn ein Update von der Software komplett schief läuft oder wenn eine Ransomware-Verschlüsselung passiert und ich nicht in der Lage bin, meine Daten schnell wiederherzustellen. Das sind aber Kenngrößen, die ein Unternehmen kennen sollte, weil das gehört zur wirtschaftlichen Verantwortung. Und dazu gehört aber auch zu berücksichtigen, dass wenn ich mir ausrechne, ja okay, ich nehme so und so viel ein und wenn ich mal fünf Tage keine Einnahmen habe, dann bin ich tot. Auch mit zu berücksichtigen, wie groß sind die Folgeschäden eben durch einen Imageverlust zum Beispiel, wie viele Aufträge, potenzielle Aufträge gehen mir verloren, wie viele Kunden verliere ich im Anschluss und muss erst wieder neu gewinnen und wie viele Schadensersatzansprüche kommen auf mich zu, die ich zahlen muss, die dann vielleicht aus den fünf Tagen nur drei Tage Überlebensfähigkeit machen. Ich gebe zu, das ist keine Rechnung, die du mal an einem Nachbartag machst mit dem Taschenrechner. Und das macht auch nicht nur eine Person alleine. Das ist ein bisschen komplexer und natürlich nimmt der Aufwand wahrscheinlich exponentiell zu mit der Unternehmensgröße. Und mit irgendwelchen Abhängigkeiten, die wir dann in einem, man stelle sich vor, wie der so in Deutschland, Automobilzulieferer, wo dann halt du selber noch Teile zugeliefert bekommst, also irgendwas machst und dient weiter. Also das ist schon auch diese Vernetzung, diese Verkettung von Dingen, wo du dann in so einem System drin hängst. Es ist natürlich auch wirklich, wirklich schwierig, das in konkrete Zahlen zu fassen. Das ist, du hast Abnahmeverpflichtungen auch, wenn du selber vor Produktion annimmst. Auch sowas zum Beispiel, genau. Und dann häufen sich bei dir am Hof die LKWs, weil du das Zeug nicht weiter verarbeiten kannst, musst es aber abnehmen, musst die Lieferanten ausbezahlen. Also das ist schon, wir leben in einer wirklich sehr komplexen Welt und es ist nicht ohne, in der Tat. Aber gut, das werden wir heute hier nicht lösen. Mein Ziel wäre jetzt vielleicht so in der nächsten, ja vielleicht halben Stunde, halbe haben wir schon, mal zu gucken, was sind denn mögliche Vorfälle, Ausfälle, Notfälle? Was kann ich dagegen tun? Und vielleicht mal wirklich bei ganz kleinen Sachen anfangen, wie eben so Platten immer als RAID-Verbund konfigurieren. Ja gut, das ist glaube ich tatsächlich in der IT-Kommensens. Also kein Mensch würde irgendeinen halbwegs wichtigen, produktiven Server ohne RAID fahren oder ohne irgendwie eine Plattenspiegelung. Nehmen wir mal so dahin. Und das ist dann, dann hast du halt tatsächlich, dann schlägt irgendein Monitoring hoffentlich an, dass da eine Platte kaputt ist oder irgendwo geht ein Piepston an und ein rotes Lämpchen und dann musst du die Platte tauschen, zack, fertig. Da hast du dann eher noch das Problem bei aktuellen Plattensystemen, dass natürlich RAID als Redundant Array of Independent Discs, wie es ursprünglich heißt, war natürlich früher so bei irgendwelchen, ach weiß ich nicht, als ich anfing, hatten wir 80 GB. Festplatten oder 9 GB sogar bloß so um 2000 rum. Die sind natürlich viel schneller wieder resynchronisiert auf dem Plattentausch als heutige 24 TB Platten. Das dauert dann schon mehr so eineinhalb Tage auch, bis es resynchroniert ist. Das muss man im Hinterkopf behalten. Also wir gehen davon aus, dass jedes Unternehmen RAID macht. Jetzt fällt so eine Platte aus in einem RAID-Verbund. Ich habe vielleicht noch so ein angestaubtes Teil im Regal liegen, kann eine Platte gleich ersetzen. Fällt die nächste Platte aus. Habe ich jetzt nicht, muss ich warten, muss ich einkaufen. Ist vielleicht nicht sofort lieferbar. Fällt die nächste Platte aus. Reißt das ganze RAID mit runter. Reißt ein ganzes System mit runter. Dann hast du einen schlechten Wartungsvertrag. Ja, aber genau darauf wollte ich hinaus. SLAs sind ganz wichtig an der Stelle. Also wenn ich Systeme betreibe, auf SLAs zu verzichten, auf Wartungsverträge zu verzichten, ist am falschen Ende gespart. Man sollte zumindest einen NBD immer drin haben. Das ist die unterste Stufe. Normal gibt es Wartungsverträge immer so in diesen Silber-Gold-Platin-Stufen oder Bronze-Silber-Gold. Und in der Regel hast du in der untersten Stufe immer so eine Next-Business-Day-Geschichte drin. Also dass es zumindest am Next-Business-Day verschickt wird. Dann kannst du so mit viel Glück bei der Deutschen Post von ausgehen, dass du es in drei Tagen hast. Da muss man auch aufpassen. Cold Spash sind dann noch eine Möglichkeit, je nachdem auch da wieder die Betrachtung. Wie wichtig ist mir das? Wie wahrscheinlich ist es, dass es gleich nochmal ausfällt? Fehleranalyse in dem Zusammenhang, vielleicht auch Ursachenforschung. Ja, das spielt dann bei so einem, wenn es nicht offensichtlich ist, das Problem, sondern irgendeinen Support-Fall quasi auf Herstellerseite erfordert, dann möchtest du natürlich entsprechende Antwortzeiten haben und nicht erst irgendwann drei Tage später. Bei den Next-Business-Day, da gibt es dann schon noch eine Stufe unten drunter, wo du zum Beispiel, so kenne ich das, das defekte Gerät erstmal zum Hersteller einschickst. Und wenn der Hersteller sagt, das ist wirklich kaputt, dann schickt er das Ding repariert oder ein neues Retour. Da vergehen vier, fünf Tage dazwischen. Ja, also da macht es dann vielleicht Sinn, je nach Wichtigkeit des Systems auch mal über Cold Spares nachzudenken. Also Cold Spares sind wirklich identische Geräte, die man einfach so in der Schublade hat und mal rausziehen kann. Kann auch eine Version älter sein, Hauptsache tut erstmal das gleiche. Ja, du kriegst auch Verträge mit vier Stunden oder zwei Stunden. Genau, und dann hast du, oder eben wenn du das nicht möchtest, wenn du nicht den Lagerplatz hast oder keine Ahnung, dann eben entsprechend höhere Wartungsverträge. Auch das ist dann wieder eine Verlagerung des Risikos, indem man entsprechende Lieferanten beauftragt. Gut, das sind also so Sachen, die man mal selber leicht aus... Ich will mich jetzt nicht die nächsten drei Stunden an diesen Platten aufhängen. Nein, nein, aber ich möchte was anderes. Irgendwelche Hardware-Teile kannst du dir auf Lager legen. Eine Stromzuleitung legst du dir nicht irgendwie auf Lager. Nein, wir sind ja jetzt erstmal bei den Sachen im Rechenzentrum. So, jetzt ist das nächste eine Software. Wenn eine Software ausfällt, die hast du natürlich auch nicht so leicht eben mal im Regal liegen und kannst die Software austauschen oder was ähnliches. Was könnte man denn da tun? Ja, da hast du auch wieder entweder entsprechend geschultes Personal oder irgendwie ein Partnerunternehmen, wo du die Software einkaufst. So quasi ein Herstellerpartner, der halt dann die Ahnung hat. Am Ende läuft es darauf raus, dass du irgendwie ein Ticket aufmachen musst. Oder eine neue Installation. Es könnte auch ein Patch fehlerhaft sein. Da musst du vielleicht einfach vorherige Version zurückrollen. Das hängt dann immer ein bisschen davon ab, was wirklich der Fall ist. Das stimmt, du kannst Software wirklich einfach so austauschen. Wenn irgendwas da so kaputt geht, dann ist das mal, das, sagen wir mal anders, Software geht ja nicht von heute Morgen einfach so kaputt wie ein Verschleißteil an einem Auto. Irgendwie so ein Radlager, das irgendwann ist einfach vom Arbeiten kaputt. Bei Software passiert sowas nicht. Bei Software können aber Bugs haben. Ja, bei Konfigurationsänderungen oder bei Updates kann natürlich sehr wohl etwas passieren. Und da wäre eine Maßnahme, du hast es gerade schon gesagt, Rollback, also dass man immer noch so eine Vorgänger oder als letztes funktionierend bekannte Version auf Lager hat, nämlich zum Beispiel irgendwo im System. Auch das ist ein Bestandteil einer Notfallplanung, dass ich auf sowas vorbereitet bin und dass ich dann möglichst schnell auf die letzte als funktionierend bekannten Stand zurück switchen kann zum Beispiel. Ja, das andere wäre eine mehrstufige Deployment-Pipeline oder Deployment-Kette, wo du eben deine Produktivumgebung hast, wo wirklich drin gearbeitet wird und dann hast du irgendwie davor gelagert eine, was weiß ich, Test und Staging. Viele machen es zweistufig, manche machen es leider gar nicht. Manche haben dann auch ein dreistufiges System oder sogar vierstufig, Development, Test, Staging und Produktiv, wo du dann eben so auf dem Weg, wenn du irgendwelche Konfigurationsänderungen machst oder gerade so Unternehmen, die dann halt eigene Software viel schreiben, die dann eben die eigene Software erstmal in so einer Testumgebung eben testen können. Natürlich hast du dann beim Software-Schreiben, das haben wir dann wieder ganz andere Baustelle, so Sachen wie Unit-Tests drin und Qualitäts-Tests und so weiter. Konfigurationsänderungen. Ja, das kannst du ja auch im Unternehmen, wenn du quasi deine Datenbank selber schreibst, deinen Datenbank-Code, dann hast du eben auch solche Sachen. Dann hast du einen automatisierten Testteil, der halt bestimmte Fehler abfängt und dann eben auch irgendwie eine Testumgebung und ein Staging, das dann entweder genau die Produktion ist oder immer näher an die Produktion rankommt. Ja, also wir merken uns, Tests sind wichtig, bevor man was Neues macht. Das wäre eine Möglichkeit vorzubeugen oder eben tatsächlich auch Vorkehrungen zu treffen, dass immer noch ein Fallback, ein Rollback möglich ist auf eine funktionierende Geschichte. Konfigurationsänderungen, also Konfigurationen nicht wegschmeißen, gute Dokumentationen an der Stelle auch wichtig, um zu gucken, oh, wie war es denn vorher, vielleicht kann ich ja da nochmal zurückgehen. Auch das ist eine Art des Rollbacks, in dem man einfach eine Konfiguration irgendwo aufgeschrieben hat in der Arbeitsanweisung oder so und das dann auch wieder zurückrollen kann. Jetzt hast du gerade schon angesprochen Strom und Internet-Anbindungen. Früher gab es ja immer mal so diese, ich habe eine DSL-Leitung gekauft und mir eine ISDN-Backup-Leitung dazu bestellt. Gibt es heute nicht mehr, heute ist alles digital, also es gibt kein ISDN mehr. Was auch digital war, aber egal. Ja, ich könnte noch ein Mobilfunknetz als Backup machen, das funktioniert aber nicht mehr bei einer 622-Megabit-Leitung. Also da brauchst du schon sehr viel gebündelte Mobilfunkkarten, um das abzufangen. Was große Rechenzentren schon immer hatten, haben sollten, sind natürlich zwei Hauseinführungen. Es bringt natürlich nichts, einfach nur zwei Leitungen in ein Rechenzentrum zu führen, sondern die sollten möglichst von zwei Seiten auch in das Haus reingehen, weil wenn nämlich der Bagger auf der einen Seite mal durchschlägt, dass auf der anderen Seite das Kabel noch intakt ist. Zwei Hauseinführungen bedeutet in der Regel auch zwei Verträge bei zwei unterschiedlichen Anbietern. Gilt sowohl für die Glasfaser als auch für den Strom. Was jetzt vielleicht für einen Mittelständler in einem Gewerbegebiet nicht so ohne weiteres machbar ist, weil da heute irgendwann einmal das Gewerbegebiet erschlossen wurde und deswegen liegt da Strom im Boden. Genau. Und da kannst du vielleicht noch zwei Stromanbieter haben, aber die kommen über das gleiche Kabel. Richtig. An zur gleichen Hauseinführung. Und wenn da der Bagger draußen irgendwo rumgräbt, dann gräbt er heute dein Kabel weg. Und in solchen Fällen ist es tatsächlich sinnvoll, über eben ein Schattenrechenzentrum zumindest mal in der Cloud nachzudenken, dass so Kernprozesse, Kerndienste an einem anderen Ort noch ausgeführt werden können. Erstmal würde ich mir über irgendwelche USV-Geschichten überlegen, dass ich sage, ich bin zumindest zu einem Teil mal irgendwie für eine halbe Stunde oder eine Stunde autark. Da kann man ja viel mit Batterien machen. Und auch da sind wir wieder bei einem Punkt, wenn ich natürlich eine Infrastruktur habe, wo manche Teile nicht so wichtig sind, dann kann man die halt in so einem Fall zum Beispiel runterfahren, dann braucht die keinen Strom mehr. Und andere wichtige Teile, die bleiben weiter am Laufen. Jetzt, wenn ich mal so mich in der Landschaft da draußen umgucke, was ist denn irgendwo in der Pampa draußen in diesen schönen neuen Industriegebieten? Das sind große Logistikzentren. Das sind zum Teil auch Rechenzentren. Große, das ist auch so eine Fabrik wie Tesla, die in irgendeinen Randlagen mitten im Wald gebaut wurde, wo ich mir, gut, eine Tesla wird sicherlich zwei Zuführungen haben, aber die Logistikzentren, die so kurz hinter der Grenze mitten im Wald gebaut wurden, sicherlich nicht. Aber die sind sehr wohl darauf angewiesen, A, telefonieren zu können, B, in ihre Warenwirtschaft ranzukommen und C, auch Strom, auch ganz wichtig für die Hochregallager. Telefonieren ist Mobilfunk, das ist Pille-Palle. Ja, toll. Die Rechenzentren braucht natürlich viel Strom, viel anderes braucht heutzutage gar nicht mehr so die Riesenmenge, wenn du nicht gerade irgendwie ein produzierendes Gewerbe bist und große Maschinen hast, was weiß ich, irgendwelche Schneidgeräte, Fräsautomaten oder so. Aber wenn du jetzt, also gerade so Logistik, da brauchst du ja im Wesentlichen Volumen, um Paletten unterzubringen und LKWs hin und herzufahren, da arbeiten ja kaum mehr Leute drin und da hast du natürlich ein bisschen IT und ein bisschen Kommunikation, aber das ist nichts, was man nicht irgendwie mit einem dicken Akku eine ganze Weile lang betreiben könnte. Oder in einer Mobilfunkverbindung. Und mit der Mobilfunkverbindung, ja. Jetzt gehen wir aber manchmal... Das sind auch keine riesen Datenmengen, ich meine, da macht irgendwie keiner Videoschnitt online, sondern da gehen halt ein paar so Transportdatensätze, was ist im Container drin und so Kram durch die Gegend. Schlimmer wird es dann schon, wenn ich ein großes Versandhaus bin und mein Versandhauskatalog da unten im Rechenzentrum drin gepflegt wird und Online-Bestellungen abgewickelt werden und was weiß ich nicht noch alles. Also auch da wieder nicht zu gucken, was sind meine Kernprozesse, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, was kann passieren und was kann ich tun, um dagegen mich zu schützen. Also USV ist eine Möglichkeit, unterbrechungsfreie Stromversorgung, dass ich mindestens ein paar Akkus irgendwo stehen habe. Muss ja nicht gleich ein ganzer Dieselgenerator sein, den ich im Live-Betrieb betanken muss. Das wäre dann die nächste Größe. Oder eben kann ich meine Prozesse vielleicht auch kurzfristig an einen anderen Standort auslagern. Das kann eine Filiale sein, das kann ein zweites Rechenzentrum sein, das kann aber auch ein Schattenrechenzentrum in der Cloud sein. Das Schattenrechenzentrum klingt immer so, ich muss die ganze Zeit dafür bezahlen. Nee, muss man eigentlich gar nicht. Also gerade bei Cloud-Ressourcen ist es ja so, dass das Ding erstmal nur konzeptuell auf dem Papier existieren muss. Du musst dir dann halt vielleicht Gedanken machen, wie du deine Daten möglichst schnell da reinbekommst. Aber eigentlich kannst du sowas auch ad hoc hochfahren in dem Moment, wo du es brauchst. Du würdest nicht anfangen, dann, wenn du es brauchst, das Ding hier zusammenzuklicken. Du musst es schon vorher da haben, aber die Maschinen sind im Grunde runtergefahren und du könntest jetzt heute mit so Automatisierungssachen, so wie Terraform und Ensel und solchen Dingen, bist du natürlich relativ schnell in der Lage, aus Stehendem, aus Nichts, bei irgendeinem Cloud-Provider über deinen Account so, jetzt feuerst du das Ding an und dann laufst du irgendwie, zack, bumm, innerhalb kürzester Zeit, 20, 30, 40 Maschinen. Selbst wenn ich keinen Account habe, ist es innerhalb von ein paar Sekunden hochgefahren. Also das ist mit einer sehr guten Vorbereitung, mit einem guten Konzept, den Account, den klickst du dir super schnell. Das ist ja der Vorteil dieser Dienste auch. Also müssen wir jetzt nicht vertiefen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, aber es ist so einfach nicht. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt unterschiedliche Vorhaltestufen gerade. Also auch da wieder, was ist es mir wert? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Wie wichtig ist es für mein Fortbestehen, für mein weiteres Bestehen? Und sicher kann auch nicht jeder in der Cloud arbeiten, wenn es dann um irgendwelche bestimmten Daten geht. Du musst auch immer gucken, also gerade was Datenschutz angeht, da musst du auch gucken, welches Rechenzentrum ist dafür geeignet. Dann kannst du auch nicht in jedes Beliebige gehen, je nachdem, was für Daten du verarbeitest, in welchem Kontext. Also das sind ganz, ganz viele Sachen, die berücksichtigt werden müssen, die auch wirklich im Vorfeld geplant werden müssen. So, was kann noch passieren? Dir kann das Rechenzentrum wegschwimmen. Dann bist du quasi zu Stillstand gezwungen oder eben hast im besten Fall irgendwo anders eine Ressource, die du benutzen kannst. Dich kann ein Cyberangriff ereilen. Das halte ich für sehr viel wahrscheinlicher, als dass irgendwelche äußeren Einflüsse, dass dir ein Flugzeug aufs Dach fällt. Jetzt gibt es ganz kleine Sachen, die du möglicherweise schnell erkennst, weil du ja ein gutes Monitoring und ein gutes Security-Plattform hast in deinem Unternehmen. Aber dich kann es auch wirklich richtig böse treffen. Und das haben wir ja in der Vergangenheit gesehen. Du hattest, glaube ich, gerade schon das Beispiel genannt, dass keine Autos angemeldet werden können, außer per Fax. War das nicht irgendwo ein Brand? In Sachsen-Anhalt oder so. Keine Ahnung. Das trifft doch dauernd Krankenhäuser und irgendwelche kommunale Verwaltungen, wo dann irgendwelche Dinge nur sehr langsam gehen oder gar nicht gehen. Und dann kriegst du halt irgendwie ein halbes Jahr keine Bauanträge genehmigt oder so, weil irgendwie das System nicht mehr online ist. Also im Zweifelsfall hast du wirklich die Möglichkeit, noch auf Papier und Fax oder Ähnliches zurückzugreifen. Im allerschlimmsten Fall sind alle deine Daten erst mal weg. Oder sagen wir mal nicht zugreifbar. Nicht zugreifbar. Oder auch ist deine Infrastruktur verseucht. Also es ist ja jetzt nicht ... So ein Cyberangriff ist ja in der Regel immer mehrstufig. Und wenn du es sehr früh erkennst, kannst du auch sehr früh eingreifen, sehr früh gegensteuern, sehr früh ... Ja, dann ist der Schaden auch vielleicht nicht so groß. Wenn du es jetzt vielleicht ... Wenn es ein sehr gezielter, sehr, sehr guter Angriff ist, dann siehst du das vielleicht nicht so früh. Oder dann ist der Schaden, wenn du es erkennst, ist der Schaden auch so massiv groß, dass kaum noch was gemacht werden kann. Also wenn es jetzt nur ein, keine Ahnung, kleiner Angriff, ein PC ist verseucht, erkenne ich relativ schnell im Monitoring, kann ich in Quarantäne schicken, kann ich vom Netz nehmen, ist erst mal gut. So, jetzt gibt es aber auch Angriffe, die wirklich sehr, sehr ausgeklügelt, sehr ausgefeilt, sehr gezielt auf Unternehmen gerichtet sind, die ich erst sehe, wenn wirklich das ganze Netz schon verseucht ist. Da kannst du nicht mal eben so, ich fahre mal runter und wieder hoch und spiele ein Backup ein. Sondern dann musst du tatsächlich, dann musst du Ursachenforschung betreiben. Dann musst du gucken, ist der Auslöser, ist der noch irgendwo in meinem Netz? Passiert mir das gleich wieder? Und das sind dann so Momente, wo dann auch schon mal ein SWAT-Team vor dem Werkseingang steht und du den Schlüssel übergibst und dann bist du erst mal die Kontrolle völlig los. Weil dann gehen die erst mal mit ihrer eigenen IT dahin und gucken, wo die Ursache ist. Also es ist, je nachdem, wie groß der Angriff ist, wie schwer der Angriff ist, wenn es jetzt nur eine Ransomware-Verschlüsselung ist und du willst nicht bezahlen, hast vielleicht ein schönes Backup, was unangreifbar ist, irgendwo kannst du relativ schnell wieder loslegen. So schnell ist es auch nicht. Auch da musst du dir, auch da musst du mögliche, wie soll ich sagen, mögliche verbleibende Glutnester ausmerzen, dass es wieder daherkommt. Also du musst im Grunde alles auf Null und von vorne anfangen. Genau. Und das ist halt, der Aufwand, der kann beliebig groß sein. Also es kann sein, dass es sehr offensichtlich ist, dann kann man das sehr schnell eingrenzen und kann das vielleicht auch mit der eigenen Organisation. Also du hast, auch das ist ein Ding in der Notfallvorsorge, dass du natürlich ein Team hast, was in solchen Fällen aktiviert werden kann, was dann gucken kann und sehr schnell dafür sorgen kann, dass die Dinge wieder normal laufen. Aber das kann auch sein, dass es eben nicht so offensichtlich ist, dass es wirklich ein sehr, sehr, ja, sehr, sehr guter Angriff war und du eben dann auch wirklich gar keinen Einfluss mehr drauf hast, was als nächstes passiert und wie schnell irgendwas passieren kann. Also es sind unterschiedliche Auswirkungen auch da, unterschiedliche Situationen, mit denen man konfrontiert sein kann. Wie kann man vorbeugen? Ja, indem man natürlich sehr engmaschig sein Netz überwacht, indem man sich nicht auf einen einzigen Anbieter verlässt, indem man Diversität macht, verringert auch die Angriffsfläche. Nicht alles auf ein Storage-System legen. Nicht alles auf ein Storage-System legen. Mehrere Anbieter auch für Sicherheitslösungen, also nicht drei Firewalls vom gleichen Anbieter kaufen und hintereinander schalten, sondern vielleicht auch drei unterschiedliche Technologien, unterschiedliche Anbieter wählen an der Stelle. Daten nicht nur On-Prem oder nicht nur in der Cloud, sondern auch da vielleicht ein bisschen eine hybride Strategie fahren, wenn die Möglichkeit besteht. Auch gerne zwei Cloud-Anbieter wählen, dass ich sage, ich habe primär, wenn ich Cloud-Only mache, gibt es ja, primär ist das mein Anbieter und dann habe ich vielleicht noch einen zweiten Anbieter, auf dem ich möglicherweise weiterarbeiten kann, wenn der erste Mal kaputt ist. Solche Geschichten. In der Notfallplanung muss man auf jeden Fall auf jeden dieser Fälle vorbereitet, nein, sagen wir es mal so, nicht vorbereitet sein, aber man muss wissen, dass sowas passieren kann. Und dann auch wieder die Abschätzung oder Abwägung treffen, wie wahrscheinlich ist es, wie groß ist der vermeintliche Schaden dann und welche Maßnahmen kann ich treffen oder muss ich treffen, um dem vorzubeugen oder wenn es passiert, was muss ich dann tun. Zum Beispiel jetzt, wenn wir schon bei Cyberangriffen sind, in der Regel ist ja dann die IT betroffen. Das nützt überhaupt nichts, wenn die Notfallpläne dann schön auf dem Server liegen, der vielleicht als erstes verseucht wurde. Notfallpläne immer auch ausgedruckt, irgendwo in der Schublade oder im Schrank haben. Sollte auch leicht zugänglich für alle sein und nicht nur an einem Ort, weil wenn es dort brennt, wenn dort ein Feuer ausbricht, dann hilft mir das auch nichts. Ja, ich glaube, man könnte es zusammenfassen mit Notfallplänen, auch Dokumentation, nicht auf den Systemen abzulegen, die diese Systeme dokumentieren oder beschreiben, weil du an das Zeug im Ernstfall unter Umständen nicht mehr rankommst und dann nicht mehr nachschauen kannst. Das Zeug muss irgendwo anders hin. Wohin auch immer und wie auch immer. Als Ordner in dein Stahlschrank oder so. Heißt aber auch, du musst dir die Arbeit machen, den ganzen Kram, da kannst du nicht irgendwie, ja, schau mir in der Config nach, sondern nein, das musst du dir zusammentragen, ordentlich dokumentieren, auch das ist ein Haufen Arbeit. Aber im Ernstfall kann es halt tatsächlich extrem viel hilfreicher, sehr viel hilfreich sein, wenn du einfach nur an den Schrank gehst und einen Ordner rausziehst und dann steht halt da erstens, zweitens, drittens, viertens drin. Auch leicht konsumierbar. Also Notfallpläne sollten vielleicht auch mit so, es gibt ja immer, wenn du ein System neu heute kaufst oder irgendwas heute kaufst, keine Ahnung, Mixer oder einen Staubsauger, dann hast du immer so Quick-Start-Guides dabei, wo du eben nicht, wie früher bei einem Kühlschrank, 300 Seiten Handbücher in sieben Sprachen lesen musst, sondern drei Piktogramme, drei Bilder und du weißt, wie du das Ding in Betrieb nehmen kannst. Und sowas bietet sich auch übrigens für Notfallpläne an. Also wenn ich schon darüber spreche, wie kann ich mich gut vorbereiten, macht es den Leuten auch so einfach wie möglich, im Notfall reagieren zu können. Also sprich, die Dinger überall auszulegen, macht Schulungen mit denen, übt es mit den Leuten auch, also auch Notfallübungen, ganz, ganz wichtig. Und malt Bilder, macht schöne Notfallpläne, die die Leute gerne in die Hand nehmen. Also ich meine jetzt nicht gerne, aber die es ihnen so einfach wie möglich machen, zu reagieren. Du hast ja auf der einen Seite, so Dokumentation wird in so einem Fall ja normalerweise von Menschen benutzt, die fachlich Ahnung haben. Das muss jetzt kein Handbuch sein, wie man unter Windows die Maus benutzt. Da stehen andere Dinge drin. Also erstens, drittens, greif dahin, schalt den Dienst ein. Ruf den an. Ja genau, solche Sachen. Und trainieren ist auch wichtig. Da möchte ich noch dazu einwerfen, du kannst natürlich als Betriebsmannschaft in der IT, kannst du üben, wie man Datenmarken restort, wie man ein Cluster wieder zum Laufen bringt, wie du vielleicht ein ganzes Rechenzentrum anfährst. Auch da helfen wieder sowas wie Test- und Staging-Rechenzentren, weil das kannst du halt mal tatsächlich abschalten, ausknipsen und wieder von vorne anfangen. Aber ich denke mir, wenn es um große Katastrophenfälle oder große Inzidenz geht, dann ist ja die IT nur ein kleiner Teil davon. Dann müssen vielleicht auch deine Sachbearbeiter im Büro wissen, wie sie mit einer verschlankten Notfall-IT irgendwie umgehen können, arbeiten können. Vielleicht auch irgendwelche Fabrikmitarbeiter, wo man sagt, wenn wir irgendwie hier die Kacke am Dampfen haben, dann bleiben die Maschinen außen vor, weil wichtig ist der Teil, dann muss man sich um den kümmern. Und dafür braucht man aber, weil wir keine IT-Unterstützung haben, hier mehr Personal. Also das zieht weitere Kreise als nur in der IT-Abteilung. Und ich denke mir, bei solchen Übungen, das machst du natürlich auch nicht irgendwie dauernd. Klar, das ist ein gewisser Aufwand, muss geplant werden, durchgeführt werden. In der Zeit kannst du nicht normal arbeiten. Das macht man vielleicht, was ich alle zwei, drei Jahre vielleicht. Aber meines Erachtens, und das passiert viel zu selten, müssen doch wirklich alle Komponenten mit eingebunden sein, die in einem echten Notfall auch zusammenwirken müssen und arbeiten müssen. Absolut, ja. Weil, was hilft, wenn jede Dorffeuerwehr für sich selber vor sich hin übt, dann könnt ihr das sicherlich im Dorf allerlei bewirken. Aber wenn die natürlich zu einem großen Einsatz gerufen werden, wo dann 30 Feuerwehren da sind, dann müssen die das auch mal gelegentlich üben, wie man dann untereinander in so großen Teams arbeitet. Und das ist in dem Fall eben genau das Gleiche. Gut, also was haben wir jetzt heute gelernt? Wir wissen, Asset Management ist eine gute Voraussetzung, also wenn ich schon mal weiß, was ich habe und dann auch weiß, was diesen Sachen passieren kann. Dann muss ich meine Kernprozesse kennen. Ich muss wissen, wie wirken sich Störungen auf diese Prozesse, in diesen Prozessen aus. Ich sollte möglichst gut beziffern können, wie hoch ist der Schaden, wenn das eintrifft, wenn das eintrifft und wie lange ich mir leisten kann, auf Dinge zu verzichten. Wenn ich das alles weiß, dann kann ich Maßnahmen ableiten, vorzubeugen oder präventiv Notfälle zu verhindern, eben durch Ressourcen vorhalten, sei es als Cold Spare, sei es in einem Active-Active-Mode bis hin zu einem kompletten Rechenzentrum im Berg-Offline-Standby. Dann muss ich wissen, wie ich zu reagieren habe, wenn etwas passiert oder dass jeder weiß, was er zu tun hat, wenn etwas passiert. Das sollte leicht zugänglich, leicht verständlich dokumentiert werden und es sollte alles getestet werden. Backups sind immer wichtig. Und geübt. Und geübt, genau. Getestet und geübt. Dokumentiert, getestet, geübt. Genau. Habe ich was vergessen? Vieles. Also da könnten wir, wir könnten noch Tage darüber reden, über das ganze Thema. Das war jetzt wirklich nur an der Oberfläche mal gekratzt. Das ist, ja, wir haben es schon einfach angesprochen. Das ist natürlich immer auch, das hängt extrem ab von der Art des Unternehmens, in welchem Bereich du tätig bist, wie du tätig bist, produzierend, das Gewerbe oder sowas wie Rechenzentrum, diese ganzen Versorger von Strom, Kommunikation, Wasser und so weiter, die dann, oder die dann heute auch mit dranhängen, vielleicht nicht nur die Gemeinden oder die Kommunalversorger an sich, sondern da gibt es ja auch noch Firmen, die dann irgendwie in dem Umfeld tätig sind. Und das ist halt, musst du immer im Einzelfall dir, es gibt möglicherweise, wahrscheinlich wird es irgendwo so, so Best-Practice und Blaupausen geben für bestimmte Branchen. Gibt es, gibt es. Aber auch die musst du dir auch wieder zurechtbiegen auf deine konkrete Also es gibt tatsächlich beim BSI, gibt es Notfallpläne, die man auf sich selbst adaptieren kann, die schon sehr, sehr gut vorbereitet sind. Also die Links kriegt ihr natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt haben wir, Wolfgang und ich sind natürlich sehr IT-lastig, wir bewegen uns jeden Tag in IT-Umgebungen. Aber das, was für die IT gilt, gilt natürlich auch für jeden, für jeden anderen Bereich eines, eines Gewerbes. Sei es eine Schneiderei oder eine Lochstanzerei oder eine Schreinerei oder eine Metzgerei. Die wichtigen Maschinen oder die wichtigen Werkzeuge für deren Kernprozesse, die sind in der Regel auch doppelt vorhanden. Oder wenn ich weiß, dass meine Messer stumpf werden können, dann habe ich zumindest mal einen Schleifstein, dass ich das Messer schnell wieder, ist ja auch ein kleiner Vorfall, wenn es Messer stumpf ist und ich die Sau nicht mehr zerteilen kann. Also solche Sachen, es ist halt immer nicht nur IT, sondern es geht immer, was ist mein Kernprozess? Und der Kernprozess kann auch sein, dass ich mit einem Messer jeden Tag Fleisch schneiden muss oder dass ich mit meiner Nähmaschine Stoff zusammennähen muss. Und die Nähmaschine ist vielleicht noch eine ganz alte Singer, aber auch da kann mal eine Nadel brechen. Auch das ist ein kleiner Vorfall. Bis hin, dass das ganze Ding auseinanderfällt und dann ist meine Schneiderei erst mal tot. Wie lange kann ich es mir leisten? Kriege ich dasselbe Teil nochmal, muss ich auf eine neue Technologie umlernen? Wie lange könnte der Ausfall dauern? Also das soll jetzt einfach nur mal zeigen, wie vielfältig Vorfälle, Ausfälle, Notfälle sein können. Und dass jeder sich da auch Gedanken machen muss, völlig unabhängig von der IT. Auch wenn unser Schwerpunkt immer IT ist. Sie ist ja auch immer verbreiteter, habe ich den Eindruck. Herr Stief, was meint er? Ja gut, mir fällt jetzt spontan kein Bereich ein, kein wirtschaftlicher Bereich, der über die One-Man-Handwerksshow hinausgeht oder wegen mir auch Zweiman-Handwerksshow hinausgeht. Also alles, was irgendwie größer ist, da hast du dann sofort in irgendeiner Form IT. Sicherlich hast du in einem Fünf-Bahn-Unternehmen, da hast du halt keine zwei Racks voll mit Hardware und genauso wirst du in einem mehrere hunderttausend Personen, beschäftigten Umfeld auch keine zwei Racks Hardware mehr haben. So, also das, ja, aber mir fiel jetzt kein wirklicher Betrieb ein, selbst Landwirte brauchen IT für allerlei Dinge. Richtig, Futterautomaten zum Beispiel oder Futteranlagen oder was weiß ich, Temperaturüberwachung im Hühnerstall. Für die Subventionsanträge. Genau, ja, das auch. Also, so, unser nächster Notfall ist, wenn wir gleich keine Grillkohlen haben, Herr Stief, wie lange können wir ohne Essen überleben? Wir haben ausreichend Grillkohle, die geht heute nicht zu Ende. Würde ich mal sagen, in diesem Sinne. Ja, danke fürs Dabeibleiben. Ihr habt gehört Data Explore Episode 24, den Podcast von Data Disrupted mit der Kerstin und dem Wolfgang. Ihr könnt Dinge von uns lesen im Online-Magazin datadisrupted.tech, wobei da momentan wegen anderer Arbeitslast eher wenig passiert. Wir haben ein paar Sachen in der Pipe, die Kerstin ist da und ein paar Sachen dran, aber wir haben halt andere Dinge zu tun momentan und deswegen ist es ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ihr könnt uns abonnieren, also Data Disrupted abonnieren auf Blue Sky Facebook, Mastodon LinkedIn. Es gibt ein RSS-Feed und wir haben auch YouTube, wo momentan auch wenig passiert. Der Kater will Feierabendbier. Machen. Wir haben noch den Data Express Podcast, wo derzeit auch eher still ist. Da kann ich schon mal so ein bisschen rauslegen, demnächst wieder was daher, weil die Kerstin mal wieder unterwegs ist auf Konferenzen und Messen. Genau, ich bin auf der IT-Sicherheitskonferenz in Stralsund in zwei Wochen und danach noch auf der ITSA und es wird Live-Berichte geben. Genau, da werden wir dann wieder auf Data Express ein bisschen was, weil das nicht monothematisch ist, sondern viele Dinge auf einmal und deswegen haben wir da eben unseren Data Express dafür. Was haben wir noch? Ihr könnt auch uns als Person folgen auf Blue Sky. Das ist Stiefkind oder Frau Stief. Die da auch gerade sehr faul ist, aber ja. Und wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann könnt ihr es mit einem Kaffee oder einem Tee unterstützen. Der Paypal-Button ist auf datareceptive.tech Ich hoffe, dass er noch da ist. Einen Link gibt es in den Shownotes. Und in diesem Sinne sage ich viel Spaß mit den nächsten Notfällen oder mit der nächsten Notfallplanung. Im Zweifelsfall. Im Notfall ruft uns an. Genau. Oder auch nicht. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.